Hallo Leute, hier ist wieder euer Ripper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops 3. Denn gestern wurde ein neues Theme veröffentlicht für die PS4. Da hat schon mal vorab gesagt, nur für die PS4 ist es noch nicht bekannt, ob das Ganze für die Xbox One oder für den PC erscheinen wird. Aber zu den genauen Details komme ich gleich noch, denn ich muss mich erstmal bedanken für Mr. Zombies Klatsch. Der hat mir nämlich das Gameplay hier gegeben, denn die zweite problematische Sache an dieser Theme ist, dass das Ganze noch nicht in Europa verfügbar ist. Das heißt, die Leute in Nordamerika haben diese Theme schon, nur auf der ganzen restlichen Welt ist das Ganze noch nicht draußen. Es ist auch leider noch nicht bekannt, ob und wann das Ganze kommen wird für Deutschland und so weiter oder für den Rest der Welt. Denn ja, es wurde bis jetzt nur in Nordamerika veröffentlicht, die Theme seht ihr ja gerade schon hier im Hintergrund. Sie sieht wirklich nice aus. Man sieht die Eisendrache oder die Eisendrache-Karte von oben oder von der Seite. Es ist ein bisschen animiert, das heißt, das Schnee fällt, dann die Scheinwerfer auf der Burg, die leuchten auch in alle Richtungen. Und es ist eigentlich ein wirklich nice Theme, denn man sieht auch die ganzen Sachen, also die ganzen Playstore-Sachen, die werden als Flacken angezeigt. Und das sieht extrem nice aus. Und ich hätte wirklich gern diese Theme auf meiner PS4. Und das ist, wie gesagt, die zweite Sache, die ich auch am Anfang schon erwähnt habe. Es ist bis jetzt nur für PS4 draußen, wenn es halt nun mal für alle Spieler dann irgendwann rauskommt. Auf Xbox One ist dann noch nichts klar, ob das Ganze dann auf Xbox One oder PC kommen wird. Da wurde dann auch noch nichts dazu gesagt. Das heißt, es könnte wahrscheinlich wieder nur etwas PS4-Exklusives sein. Und das Letzte, was man noch weiß, wenn man diese Theme haben will und das endlich dann auch in Deutschland rauskommt, dann müsst ihr entweder den Season Pass besitzen, das heißt, damit ihr alle DLCs bekommt, oder ihr könnt euch dann auch Awakening vorbestellen. Das geht mittlerweile auch bei PS4. Da könnt ihr Awakening vorbestellen. Und wenn ihr das dann getan habt, dann erhaltet ihr auch diese Theme. Und das war es jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Video. Ich wollte euch nur diese neue Theme zeigen. Und wenn dieser Hintergrund dann auch endlich mal in Deutschland verfügbar ist, werde ich das Ganze auch aktualisieren in meiner Beschreibung bzw. in meinen Kommentaren. Da werde ich dann das Ganze reinschreiben. Und ja, ich hoffe natürlich, das Ganze wird wirklich in Deutschland auch mal rauskommen. Denn ich finde, das sieht extrem nice aus und würde es eigentlich gerne als meinen Hintergrund benutzen. Und somit sage ich eigentlich nur, ich hoffe, euch hat natürlich dieses Video wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Reaper. Ich hoffe, 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 ich hoffe